Mit ihrer Behaarung. Herzlich Willkommen. Adriana, grüß dich. Entschuldige, normalerweise sollte man gleich mal mit den Gästen sprechen, aber bei dir muss ich erst mal gucken. Und vielleicht, Kai, wir gehen beide mal in die Knie und gucken. Es sieht fast so aus, als hättest du Strümpfe an. Das sind aber keine Strümpfe. Nein. Das sind deine Haare. Das sind meine Haare. Ich hätte aber auch eine Wollstrumpfhose. Etwas blondiert, aber nach wie vor sehr, sehr behaart. Hast du da jetzt irgendein Haarwuchsmittel genommen, Adriana, oder ist das einfach natürlicher Haarwuchs? Nein, das ist ganz natürlicher Haarwuchs. Schämst du dich deiner Haare, denn die meisten Frauen würden alles Mögliche machen, um die Haare wegzukriegen? Nein. Du stehst dazu? Ich stehe dazu. Ich mag die Haare, so wie die sind. Ich bin selber auch Kosmetikerin, normalerweise beruflich, und ich entferne auch die Haare. Aber halt bei anderen, nicht bei mir. Kai, was ist dein Kommentar? Ja, erst mal, wenn ich sprachlos sehe, ist wirklich eine sehr hübsche Frau. Guckt ihr ihr Gesicht an, sehr hübsch. Und wenn man dann runterschaut und sieht ihre Beine, das nimmt einem alles. Wie würdest du denn zum Beispiel jetzt dem Kai die Haare schmackhaft machen, Bibo? Also ich muss Kai nicht die Haare schmackhaft machen. Du willst Adriana gar nicht loswerden. Adriana findet sie toll und ich will sie vor allen Dingen nicht loswerden. Ich bin total glücklich und stolz, dass ich sie habe. Und ich kann nur sagen, Männer haben ja auch Haare an den Beinen und da regt sich keiner drüber. Aber das ist ja was ganz anderes, wenn ein Mann Haare an den Beinen hat oder eine Frau. Ich bin total glücklich und ich bin total glücklich und ich bin total glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020